Auch ich habe Probleme mit ihm. Damit ich sie habe. So. Dann kommst du. Wie schließe ich das Ding denn jetzt an? Ich hätte jetzt gesagt, den muss ich ja irgendwie hier so... ...gegendödeln. Aber irgendwie klappt das ja nicht. Das jetzt so mach. Und den... Na... Ach. Den nach unten. Okay, dann kommt er nicht ganz an, aber es macht auch, glaube ich, nix. So, ich verbinde jetzt erstmal diese beiden. Dann läuft das so. Dann mache ich den da hin. Den da. Achso, wir haben immer noch eins übrig. Ich muss erst mal gucken, wie das hier überhaupt läuft. Ich hätte jetzt gedacht, so und dann läuft ja alles. Achso, das klappt ja auch. Man muss also gar nicht alles verbauen. Ah, okay. Gut, ich hätte jetzt mir auch nicht gewusst, wohin mit dem letzten Zahnrad, ehrlich gesagt. Hm, das ist einfach übrig. So, äh... Wenn ich hier schon Lampen und Stecker sehe, das erinnert mich unangenehm an den Physikunterricht. Ich habe Physik gehasst. Ich konnt's auch nicht. Davon mal ab. Aber... Ich hab's gehasst. Ganz schrecklich. Physik, ein ganz schreckliches Fach. So. Äh, boah, du kommst jetzt mal hier rauf. Dann stelle ich den... Achso, kann es sein, dass wir es gerade einfach nur nachbauen müssen. So. Das Geräusch vom Stecker ist geil. Flup. Ja, also wir haben zumindest die gleichen... Das gleiche Material. Ich versuch das einfach mal. Wenn uns nachher was fehlt, denn... Joa, probieren wir halt nochmal. So. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Einführung hier in die ganze Elektronik. Huch, hinsetzen. So, jetzt haben wir es nachgebaut. Das heißt... Not so bad. Natürlich nicht. Mein lieber Professor. Äh, okay. So, Batterie. So, dann hat die schon mal Strom. Dann hat der Strom... Okay, jetzt müssen wir nur noch hier die Lampen... Das sollte klappen. Natürlich. Pass mal auf, du. Deine Lungen sind nicht mehr die jüngsten. Okay, das sieht jetzt schon wieder... Ich hoffe wieder nur komplizierter aus, als es ist. So. Äh... Achso, wir müssen hier nachbauen, glaube ich. Schön. Nachbauen kann ich. Gut, es sieht nicht ganz so elegant aus. Wir können den hier natürlich nochmal runterziehen ein bisschen. Dann machen wir es hier genauso elegant. Passt vielleicht dann nachher auch besser mit den Kabeln. So. Und der kommt hier hin. Genau. Und so. Ich glaube, jetzt haben wir es nachgebaut. Was für ein Krach hier! So, schon besser. Diese entspannende Musik hier im Hintergrund auch, das ist... Herrlich. Sprach sie und die Musik endete. Das ist schon wieder Mobbing pur. Ah, da ist sie wieder. Das ist eine Solarzelle. Achso, klar, okay. Davon kriegen wir ja Strom. So. Ach ne, Blödsinn. Ähm. Äh. Fragezeichen. So, auf jeden Fall müssen wir dich verbinden. Achso, klar. Solarzelle braucht ja keinen Strom. Also. Ah, schön. Ja, ich bin wirklich ein Genie. Wir sind schon Level 15. Und das in... knapp 22 Minuten Spielzeit. Das ist doch... So. Ich sehe schon wieder elektrischen Kram. Äh. Okay. So, der hat schon mal Strom. Ähm. Ich würde mal sagen. So. Äh. Hm. Weißt du, dass das ja nicht schon funktioniert? Nee. Okay. Dann setze ich... dich. Achso, hier in der Mitte ist ja auch noch gar kein Strom. Okay. Dann bekommst... Du... Strom von hier. Ich glaube, wir brauchen die Solarzelle gar nicht. Wir haben ein Kabel zu wenig. Hä? Hä? Wieso haben wir ein Kabel zu wenig? Und warum leuchtet hier die Lampe nicht? Also da muss doch jetzt wirklich Strom drauf sein, oder nicht? Das ist ja auch noch mal weg. Die Solarzelle haben wir auch noch. Ich setze mir das jetzt einfach erstmal hin. So, und jetzt haben wir noch zwei Kabel. Okay, die muss ja eigentlich nicht versorgt werden, sondern sie versorgt. Brauchen wir hier vielleicht die Leiste gar nicht? Weil dafür fehlen uns Kabel. Wir kriegen nicht die Leiste versorgt, um denn die Versorgung weiterzugehen. Wir haben noch ein einziges Kabel. Funktioniert das so? Ich glaube nicht. Nee, kann ja auch gar nicht. Und da oben ist das ja auch irgendwie doppelt gemoppelt. Ja, so. Jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Mal gucken. Ich lasse die hier jetzt mal außen vor. Weil wir einfach zu wenig Kabel haben. So, wenn ich das jetzt so mache. Dann muss diese Lampe ja auf jeden Fall Strom haben. Warum nicht? Oder wird das vielleicht noch nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Ich meine, es wäre ja schön, wenn das zumindest angezeigt wird. So nach dem Motto, hey! Hier hat schon was Strom. Juhu! Ähm. 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 Achso, das Ding hier muss ja aber auch noch laufen. Äh, okay. Leuchtet. So, da touchen wir jetzt nichts mehr an. Und wenn wir jetzt so... Und so... Ich habe gerade ein bisschen Angst anzumachen. Nee. Achso! Oh, ich bin so doof. Das Ding muss ja auch irgendwoher Licht bekommen. Ansonsten kann das ja gar nicht funktionieren. So, wenn wir dich jetzt hier hinsetzen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das relevant ist, ehrlich gesagt. Es ist relevant. Yay! Okay, das war jetzt eben einfach nur für einen Moment nicht richtig mitgedacht, aber... Äh... Ja. Für einen Moment halt nicht richtig mitgedacht. Ich habe Probleme mit dem Moment nicht richtig mitgedacht. Ich habe Probleme mit dem Moment nicht richtig mitgedacht. So. Okay. Gut. Ähm... Das sieht gerade nicht ganz so schwierig aus. Passt auch alles. Oh Gott! Damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet, aber... Naja gut. Geschafft ist geschafft. Die Bälle sind da, wo sie sein sollen. Das sieht jetzt ja schon wieder ein bisschen ekelhaft aus, muss ich sagen. Gut. Ich fange erstmal wieder irgendwie an, wie das für mich gut aussieht. Da verließen sie mich. Wir haben hier oben... Na gut, dann klingelt die zwar, aber wir kriegen nirgendwo mehr Strom her. Okay. Moment. So, ich stelle die jetzt mal dazwischen. Huch, dann bekommst du hier Strom. Du gibst hier Strom. Und es tut sich absolut überhaupt nichts. Das ist natürlich... Achso, wir haben ja auch noch... Äh, wir haben ja auch noch Bälle. Okay. So, damit... Fallen auf Schalter und Schalter umlegen, vielleicht. Tut sich jetzt los. So. So. Das sieht irgendwie falsch aus, aber ich wüsste jetzt gerade nicht... Es hat alles Strom. Also, von der Logik her sieht das gerade richtig aus, aber irgendwie sieht das... Es sieht nach Physik aus. Stunde zu Ende. Oh, schrecklicher Ton. So, mal gucken. Ah. Äh, das sieht ja schon wieder... Okay, Ball. Der fällt hier ja ins... Achso, wir haben wieder... Regale. Ich denke mal, der Ball... Soll auf den Schalter fallen. Das heißt... Ich mach das hier jetzt mal... So. Na, du musst mal weg. Ich muss erst mal gucken, wie der sich hier dreht. Achso, ich kann den so nicht drehen. Na, komm mal ein Stückchen weiter runter. Sitzt gerade nicht. Kriegt der so genug Schwung, um da drauf zu landen? Ansonsten... Mach ich das jetzt nochmal so. Dann sollte er ja auf jeden Fall drauf landen. Ich hoffe nur, dass er dann nicht zu viel hat und dann drüber wegfliegt. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Naja, ich lass es erstmal so stehen. Vielleicht brauchen wir das Brett ja auch ganz woanders. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weil so sieht das irgendwie falsch aus. So. Äh, ich teste das jetzt erstmal. Hallo, test... Ja, der ist gerade nicht da. Ich muss ja aber auch erstmal... Äh, ein bisschen logi logi machen. Okay.